und weil er jetzt mit kann das exakt stopp dritte folge oder so ich weiß es nicht wo das war wir haben mich jetzt wird er bewusst weil es anders im fall aber zu leben mit so wenig geben noch nein er kommt nach ist es war noch diese testphase nachgärts jetzt los Sehr gut. 100% Leben noch. Wo genau hat er gerade hingeschossen? Habe ich jetzt... Alter, habe ich gerade richtig daneben geschossen mit dem Typen. Das war gar nicht gut. Jetzt kann ich einen Freund durch die Hübschen machen. Nein, hier ist die. Warum nicht an der Welt? Na ja, jetzt sollte ich mir auf jeden Fall mal wieder spüren. Auf die Anti-Terroristen... Moment. Warum wird der mir rot angezeigt? Ist aber ich im roten Deming. Ja gut. Ja gut. Sie hat viel ausgehalten, muss ich sagen. Sehr viel wirklich. Nein. Ich treffe gar nichts mit dem Ding. Schlecht. 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 Schei. abbrechen so und spielte die terroristen um mal wieder die bösen abzuschießen wie ich es eigentlich auch gewöhnt bin warum in aller welt wissen wir noch bei der waffe ach genau jetzt ist ja wieder diese anfangs gestorben da jetzt habe ich den doch momentan getötet moment ist immer noch testwunder er ist immer noch testwunder jetzt geht es wirklich los wir haben natürlich noch spawnschutz gehabt nein hat er sich an den umgedreht gehabt das ist nicht gut wir noch sind erwarten dass der spawnschutz weg ist aber nein ich glaube das war gerade also das ist ein mitspieler ein freundlicher mitspieler der im eigenen team ist rein theoretisch sind ja alles mitspieler aber so achte 2 ist ja gerade schon ziemlich gut angefangen die runde jetzt wird es ja richtig schlecht ich jetzt schon kommen ja sagen dass es ist es ist bekommen und jetzt geht es wahrscheinlich noch schlechter weiter weiter möchte ich mal ja ich sehe es gar keine gute idee in das band da rein zu laufen das ist das war jetzt scheiße das ist man schon ein bisschen zu lang angesetzt eigentlich dass sie dann bis hier rüber kommen jetzt bei schutz hat das ist doch behindert weißt du also ich habe das nicht herum gekämpft aber trotzdem so so da habe ich mal ein bisschen abgerannt ein bisschen aber nur weiter ja gut weil ich ganz so ganz so wenig was auch nicht aber schlecht sogar noch wissen wer mehr werden kommt also ich schieße da ach das ist jetzt ein sniper und dann muss ich jetzt aufs netter einstellen moment hallo das geht ja auch der geht automatisch wieder hinzu so nicht groß gewinnen will ich nicht aber zumindest gut abschneiden ja Ah, da ist mir gerade bloß noch Futter für die anderen Leute. Ah, das ist doch dumm. Ist doch scheiße. Jetzt werde ich wahrscheinlich noch oder? Aber doch nicht. Gut. Ich habe gedacht, ich werde vielleicht sogar noch negativ. Ich kann es nicht knif. Ich meine, ich hatte gerade irgendwie 21, 10 oder so. Jetzt hätte ich ganz in die 15, aber nein. War eigentlich ganz gut die Runde, aber naja, am Ende die Handgranate. Hat es nicht mal geklappt. So. Ich glaube, die Folge sollte jetzt auch zu Ende sein. Bis zur nächsten Folge.